Da staunten die vielen Zuschauer in der Bretthoffer Sporthalle am Sonntagnachmittag. Sinan Öztürk faszinierte mit seinem Können am Fußball. Der Stargast beim Hallenprogramm des TV Bretthoff ist mehrfach mit seinen Rekorden im Guinness Buch der Rekorde vertreten. Der zweite große Punkt in der Show war das 50-jährige Bestehen der Gymnastikabteilung. Alle fünf Gruppen brachten sich in das Programm ein und vereinten sich zum Schluss zu einem großen Gesamtbild. Des Weiteren waren die Mutter-Kind-Gruppe, die Faustball-Minis, die Sumba-Gruppe und die Tanzgruppe mit von der Partie. Am Sonntag hatte es den ganzen Tag über Non-Stop-Programm gegeben. Bei einer Olympiade hatten die Teams witzige Aufgaben mit Geschick zu lösen. Hochher ging es beim Spiel ohne Grenzen, stets eine besondere Herausforderung für die Aktiven. Weitere Aktionen rundeten den gelungenen Tag auf der Sportanlage ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017